Zahnbehandlungen in der Schweiz sind kostspielig, darum ziehen jetzt ganz viele Leute ins Ausland. Die Frage ist, was passiert, wenn man zum Zahnarzt ins Ausland geht? Und das möchte ich besprechen mit Frau Prof. Nicola Zitzmann. Frau Zitzmann, wie oft treffen Sie denn wirklich Probleme an Nachbehandlungen im Ausland? Wir haben bei uns sicher ein bis zwei Patienten pro Monat, die Rat und Hilfe suchen nach so einer Behandlung im Ausland. Und wir sind natürlich als Kompetenzzentrum Implantologie an so einer Universität wahrscheinlich auch eine spezielle Anlaufstelle für diese Patienten. Aber Zahlen von der ganzen Schweiz, das gibt es nicht? Das gibt es nicht. Wir rechnen etwa mit 20 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz, die ins Ausland geht, für die Behandlung. Aber da sind natürlich auch so die grenznachen Gebiete dabei, wo man halt einfach über die Grenze geht für die Behandlung. Also nicht wirklich weiterer Weg. Und was treffen Sie denn da für Probleme? Probleme sind zum einen auf chirurgischer Seite, dass das Implantat nicht richtig um Knochen gesetzt ist oder eine Fehlstellung hat, dass man einen Knochenaufbau nicht gemacht hat, obwohl es das für dich gebraucht hätte. Dann die zweite Gruppe sind betreffend Rekonstruktionen, also der Zahnersatz, die Kronebrücke oder der abnehmbare Zahnersatz, wo vielleicht falsch gestaltet ist, wo nicht gut reinigbar ist für den Patienten oder die ästhetischen Ansprüche, nicht erfüllt. Und der Punkt der Reinigbarkeit ist ganz entscheidend, weil wir wissen, es gibt langfristig Probleme, Erkrankungen, wenn die Mundhygiene nicht möglich ist, weil zum Beispiel Kontur einfach so gestaltet ist, dass man nicht dazu kommt. Aber ist denn das, weil die Zahnärzte quasi das Mette nicht beherrschen oder weil sie das falsche Material einsetzen? Oder warum ist das? Oder weil sie es zu schnell machen, alles in einem Tag? Ja, ich denke, das ist das Hauptproblem. Also der Zeitdruck, das limitierte Zeitfeister, den man zur Verfügung hat, Sie müssen sich vorstellen, die Leute gehen vielleicht eine Woche auf Ungarn, am Montag am Morgen sieht man das erste Mal den Zahnarzt. Und der Zahnarzt ist in der Situation, er muss eine Untersuchung machen, er muss eine Empfehlung aussprechen, er muss einen Entscheid treffen, was gemacht wird. Und er kann sein, dass eben je nachdem ein Zahnar, den wir erhalten würden, dass der extrahiert wird, er wird am gleichen Tag ein Implantat gesetzt und bis am Freitag muss die Rekonstruktion eingesetzt sein, wenn der Patient wieder nach Hause will. Und der Zeitdruck, der verleitet natürlich, oder führt je nachdem eben zu schnellen Entscheiden, zu überstürzenden Entscheiden und damit natürlich auch je nachdem zu irreversiblen Folgen. Sie haben uns ein paar Beispiele mitgebracht, das erste, das sehen wir jetzt hier gerade, was ist hier passiert? Das ist eine Patientin, die das Brasilien-Implantat bekommen hat, das Implantat steht, nur im oberen Teil, wo jetzt der Kugelschreiber darauf zeigt, im Knochen, der Rest ist eigentlich im Weichgewebe, also im Zahnfleisch. Und das hat natürlich zuerst aufgebaut werden, also im Knochenaufbau gemacht werden, je nachdem hat man auch die Abwinkelung oder die Positionierung vom Implantat können modifizieren, also an einen anderen Ort setzen. Aber das sind alles Sachen, die man vorab in Ruhe muss planen, auch mit so einer dridimensionalen Bildgebung, wie wir es da gesehen haben auf dieser Foto. Ja, also dort hat quasi wie Knochen gefehlt und man hat das einfach reingesetzt, dann ist das im Zahnfleisch irgendwo hängen geblieben, also eigentlich eine gravierende Sache. Jetzt denke ich auch gerade, häufig gibt es ja auch Osteoporose, also Knochenschwund bei älteren Leuten. Wie kritisch ist eigentlich das für Implantat? Knochenschwund oder Osteoporose bezieht sich primär auf die Dichtigkeit des Knochen, also die Aussenkontur bleibt bestehen, aber die Spongiose, also die Dichtigkeit, die auch vom Knochen? Das ist reduziert, je nachdem lässt man das Implantat ein bisschen länger einheilen, aber es ist nicht eine Kontraindikation, also man kann gleich implantieren bei diesen Patienten. Also bei dem Beispiel, was Sie gesagt haben, ist das einfach falsch gesetzt worden? Das ist einfach falsch gesetzt, genau. Und dort hat es wahrscheinlich auch so einen Knochenaufbau gebraucht. Sie haben uns noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Das sieht ganz krass aus eigentlich. Was ist da? Das ist eine Patientin, die auf Südamerika gereist ist, um sich eine Implantatversorgung machen zu lassen. Und sie hat sowohl im Fronza-Bericht, das Implantat ist schon verloren, wie auch das, was man jetzt hier sieht, hat kein Markeherstellerimplantat bekommen, sondern einfach Osteosynthesenschrauben, die man sonst für einen Beibruch zum Beispiel für eine Platte verwenden würde. Also die gar nicht in den Kiefer gehören? Ja, die gar nicht in den Kiefer gehören, genau. Die sind also auch nicht zertifiziert als Enosales Implantat, also für das Implantat in der Mundhöhle. Jetzt hat man da einfach die Schrauben, irgendeine Schrauben eingesetzt, die man sonst einsetzt. Jetzt könnte man sagen, ist das ein uralter Fall? Nein, der ist drei Jahre alt. Und sonst kann man, wenn Sie so krasse Sachen sehen, können Sie da überhaupt etwas machen? Wir versuchen natürlich immer zu helfen, aber man muss sich klar sein, gerade wenn es um Extraktionen geht, also wenn die Zähne zogen sind, das ist irreversibel. Da kann man nicht zurück. Und bei der Implantatversorgung ist es oft so, dass wir versuchen, zu retten, was zu retten ist. Vielleicht die Rekonstruktion, also die zahntechnische Arbeit neu zu machen oder müssen neu zu machen. Aber es ist natürlich sehr häufig dann auch wieder kostspielig für den Patienten. Sie haben es vorher angesprochen, auch die Qualität von diesen Implantaten sind wichtig. Also was setzt das ein? Was kriegt man denn überhaupt? Also was macht das aus? Ist das das Material oder auf was kommt es denn darauf an? Es lohnt sich, auf ein etabliertes System zu setzen. Ich möchte ein System haben, das mir vor Ort die Teile liefert, das mir auch eine Qualitätssicherung im Herstellungsprozess gewährleisten kann. Ich möchte sicher sein, dass ich, wenn ich in 10, 20 oder 30 Jahren beim gleichen Patienten nochmal eine Neuversorgung machen muss, dass ich den Schrauben ziehe und die Einzelteile noch überkomme. Ich möchte nicht das Implantat rausnehmen müssen, weil die Komponenten nicht mehr erhältlich sind. Das, denke ich, ist wichtig. Und wir geben dem Patienten immer einen Implantatpass ab, dass er weiss, was er bekommt, dass er die Lottnummer hat, dass man praktisch auch den Herstellungsprozess nachvollziehen kann, wenn irgendwann mal etwas wäre. Wenn man es in der Schweiz macht, gibt es denn da eine Garantie? Wir haben in der Schweiz die Wertgarantie, die eigentlich zwei Jahre Garantieansprüche aufrecht erhält oder sicherstellt. Das bezieht sich aber nur auf das Material, also das, was der Zahntechniker liefert. Bei den Implantatkomponenten haben wir bei den etablierten Herstellern auch eine Garantie, zum Teil sogar auf Implantatbrüche eine lebenslange Garantie. Das ist natürlich sicher sehr kulant. Aber es passiert dann, ob es so einen Bruch häufig passiert? Nein, das ist sehr selten. Und ich denke, das ist auch der Grund, dass der Hersteller das macht, weil er sich sicher ist, dass die Materialien wirklich sehr, sehr gut sind. Der andere Bereich, das ist Garantie auf die Behandlung, das kann man natürlich im medizinischen Bereich nicht geben, weil ein Behandlungserfolg von so vielen individuellen Faktoren abhängig ist, dass man das nicht gewährleisten oder sicherstellen kann, dass es auch wirklich einen Behandlungserfolg gibt. Also das Einheilen vom Implantat zum Beispiel. Zehn sind natürlich wichtig. Wir müssen damit essen können. Das tut man häufig unterschätzen. Und trotzdem, die Frage, machen wir vielleicht auch eine Portion zu viel mit unseren Zehn? Also wird auch bei uns in der Schweiz zum Teil überbehandelt, wo es gar nicht nötig ist? Ich denke, dass wir in der Schweiz wirklich immer auf den Zahn einen Halt setzen. Also wirklich erstmal alles tun, um einen Zahn zu therapieren. Bei der Paolontitis, also bei der Erkrankung vom Zahnhalteapparat, kennt man das. Ein Zahn ist vielleicht am Anfang lockt, gewackelt. Dann gibt es eine Therapie, da muss man halt einfach drei bis sechs Monate Geduld haben. Man muss mitschaffen. Und wir wissen heute, dass wir 90 Prozent der Zahn, die aufgrund von einer Entzündung beweglich sind, erhalten können durch die Therapie. Also der Schritt zur Extraktion braucht bei uns in der Regel eigentlich sehr viel länger. Jetzt ist es ein Wert kostspielig. Und das Geld haben einfach nicht alle Leute. Was machen wir dann? Ich denke, man sollte klar mit seinem Zahnarzt oder auch der Schweiz besprechen, was habe ich für Möglichkeiten. Das ist mein Budget und das ist mein Wunsch. Man muss sich im Klaren sein, dass jedes Implantat ist eine Wahlleistung. Es gibt in der rekonstruktiven Zahnmedizin, also in der Prothetik, haben wir, bevor das Implantat gegeben hat, haben wir auch Mittel und Wege gefunden, auf relativ einfache Art und Weise dem Patienten zu helfen. Jetzt mit dem Implantat kann man zum Teil ganz lokal ein Problem lösen. Man muss nicht unbedingt die Zahn rekonstruieren, bis zum Siebner oder bis zum Weissherzahn. Lohnt sich auch, eine Zweitmeinigung einzuholen? Ja, denke ich schon. Wenn Sie das Gefühl haben als Patient, dass man vielleicht nicht ganz verstanden hat, um was es geht, dann sollte man sicherlich nachfragen. Man sollte das Gespräch suchen mit seinem Zahnarzt. Und wenn man Zweifel hat am Umfang oder an der Therapie Massnahmen, dann sollte man doch eine Zweitmeinigung einholen. Was gehört eigentlich in einen Kostenvoranschlag? Wir haben in der SSO alle Zahnärzte, die SSO-Mitglied sind. SSO wäre was? Ja, SSO ist die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft, also unsere Fachgesellschaft. Wer SSO-Mitglied ist, und das sehen Sie in der Regel an der Tafel, also am Praxisschild, für mich verpflichtet es uns, nach einem Tarif, nach einem gängigen Tarif abzurechnen. Also da haben Sie eigentlich eine klare Vorgabe, was abgerechnet wird und was abgerechnet darf werden. Also welche Positionen in Anrechnung kommen für eine gewisse Leistung. Damit haben Sie doch zumindest schon mal den Rahmen gesetzt. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass es im Fall, wenn es Differenzen gibt zwischen Patient und Zahnarzt, dass man eine Begutachtungskommission hinzuziehen darf. Das gilt aber auch wieder nur für SSO-Zahnärzte. Gibt es nicht mehr Telefone, wo ich anrufe und frage, wenn ich ein Implantat brauche, zu wem ich gehen soll? Sie haben mit der Webseite der Implantatstiftung Schweiz, dort sind unter kompetenten Zahnärzten, sind Fachgesellschaften gelistet. Dort findet man einmal die Patienten nach Kanton aufgelistet, mit Weiterbildungsausweis, Orale Implantologie. Das sind Kollegen, die eine Zusatzausbildung haben. Und sie finden auch die Fachzahnärzte unter den verschiedenen Fachgesellschaften. Das ist die Fachgesellschaft für Orale Chirurgie, die Fachgesellschaft für Parodontologie und die Fachgesellschaft für rekonstruktive Zahnmedizin. Was wäre Ihr Fazit? Was liegt Ihnen am Herzen? Ich glaube, es ist wichtig, dass die Patienten wissen, dass wir, auch wenn wir ein höheres Preisniveau haben in der Schweiz, dass wir sicherlich qualitativ auf einem sehr guten Niveau sind. Und dass man in jedem Fall, auch wenn es ein schwieriger Fall ist, einen Weg finden kann, auch für eine kostengünstigere Lösung. Im Einzelfall muss man immer abwägen, was ist möglich. Muss es fest sitzen sein? Kann es eventuell auch ein abnehmbarer Zahnersatz sein? Implantat bietet für uns grosse Möglichkeiten, auch lokal einen fest sitzenden Zahnersatz zu setzen. Und ich denke, dass jeder wirklich das Risiko für sich abwägen sollte, ins Ausland zu gehen, je nachdem eine Übertherapie zu bekommen, je nachdem nicht zu wissen, welches Implantatsystem verwendet wurde, keine Nachsorge zu bekommen. Die Vorbehandlungsschritte und die Heilungsprozesse, die es einfach gebraucht, werden dort in der Regel eben nicht sichergestellt. Dankeschön vielmals, Frau Zitzmann. Danke, Frau Jost.